Herzlich Willkommen, ich bin der Justin und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde. Ui, die sieht auch nicht schlecht aus. Das ist unsere jetzt, ne? Versteck A. Okay. Jetzt ist die Frage, brauchen wir das vielleicht? Vielleicht für... Können wir uns das kaufen? Das kostet nur 380, ist aber weiter weg, ne? 1000, alter Marktplatz. Alter. 300. Also, ich würde sagen, wir haben jetzt zwar das Geld, aber wenn das jetzt monatlich abgebucht wird, weil es steht ja hier Versteck, Mieten, das heißt für mich, dass es monatlich abgezogen wird und ich glaube nicht, dass wir 950 Dollar... Ach komm. Warte, bist du sicher, dass du ein Lager lieben möchtest? Nee, eigentlich nicht. Wir bleiben erst mal bei uns in der Butze. Wir bleiben jetzt erst mal bei uns in der Butze, weil hier steht, er hat mir Bescheid gesagt, wer Kontakt kriegen soll. ein paar Apartment zu vermieten, zum Ritter und so sitzt und viele... Okay. Hey. Okay. Also, es ist nicht Pflicht. Wir haben jetzt einfach nur... Okay. Haben wir noch was offen? Ach ja, ein bisschen schlafen, stimmt ja, da war ja was. So, ein toter Briefkasten ist beliefert. Der Briefkasten am Bolzplatz, das ist direkt gegenüber. Amphetamin braucht noch einer, unser Drogenabhängiger. Ähm... Verpacken. 5 Gramm. Und dann müssen wir auch gleich nochmal ein neues Antivitamin herstellen. Miete ein Versteck. Ja, aber ich weiß halt jetzt nicht, ob, äh, dieses Versteck, was... Wenn ich mir das jetzt miete, ob es mich monatliches kostet. Weil eigentlich sind alle Mieter monatlich. Eigentlich. Eigentlich ist eine normale Miete monatlich. Stopp. Okay, also irgendwo hier muss es sein. Okay, das wird, das wird teuer, wenn mich jetzt die Bullerei erwischt. So, dann gehen wir gleich mal kurz hier hin. Sorry für die Wartezeit, aber... Nee, sorry, ich bin gleich zurück. Ich glaube, ich habe zu viel bestellt, ne? Ich kann das, glaube ich, nicht aufteilen, ne? Nee. Boah, Junge, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Du musst es doch erst mal wieder aufteilen. So, erst mal hier die ganzen Sachen hinlegen. Einmal 10 und einmal 20 Gramm. Da nehme ich die 10 Gramm. Ja, hä? Will ich hier 16 Gramm reinpacken? Passt. Aber dann ist das ja schon kleiner. Mal parken. Genius. Ich bin's. Tim. Fünf. Nee, machen wir zweimal drei. Passt. Bauen wir nicht einmal raus und rein. Okay. Die Dinger haben wir jetzt. Die Pillen. Das ist einmal 10 Gramm und zweimal drei. Das heißt... 10 Gramm. Hä? Als ob ich so viele Dingens gekauft habe. Ach, das ist Anteutamin. Ähm. Zack. Zack. So, Minion. Sorry, dass du so lange warten musstest, aber... Hm. Ich bin manchmal verpeilt. Tu mir leid. Oh, oh. Oh, oh. Hätten sie auch mal ruhig ein bisschen früher warten können, die scheiß Bullen. So, jetzt. Sorry. Brauchst auch mit 100 Euro weniger gehen, wenn du magst. Passt schon. Digga, 16 Gramm habe ich noch nie ausgeliefert. Das ist halt schon... 1... Ach, schade. 1,37. So. Jetzt haben wir wenigstens ganz gute Grundlagos. Zack. Kann ich eigentlich noch reinpacken? Ja, aber ich sollte mal den Müll wieder runterbringen. Okay. Das Geld kann ich da wieder reinpacken. Wir haben weitere 6 Skillpunkte drin, Leute. Wir machen weiter auf Verkaufen oder Schlau-Kopf. Ah. Okay. Erhöhert die Erfahrungspunkte für Verkaufen und Quests. Über 50% verlierst du. Gut. Warte mal, wir haben aber jetzt noch zwei, ne? Äh, Läufer. Äh, Läufer. Läufer, genau. Was ist das denn? Tarnkarmuskel. Okay. Okay. Wir machen Tarnkarten erst mal. Ist ganz gut. Okay. Also du bist ja zufrieden. Du hast deinen Stoff auch bekommen. Das heißt für uns, eigentlich können wir mit Eddy direkt wieder abschließen und sagen, hey Eddy, möchtest du Geld von uns haben? Geld. Wie viel? Wie viel? 370 wieder. Haben wir 370 hier? Hö. 199, das heißt, ich muss noch 171 abholen. Das Dämon noch nicht aufhört, ne? So, Karten jetzt gescheckt, Geld abheben. Was hab ich gesagt? 171, ne? Akzeptieren. Hab ich jetzt 170 gemacht? Ne. Ich wollte grad sagen, Alter. Uff. Hier laufen halt potenzielle Dealer rum, ne? Oder halt auch Leute, die mir Geld abgezocken wollen. Aber. Naja. Problem ist, dass nix gut ist. Hi, Eddy. Ich hoffe, du erlust dann deinen Einsatz. Ich wär dafür. Bis bald. Wir haben 370 verkauft. Aber wir haben noch so viel Dope bei uns in einem fucking, fucking zu Hause. Das ist einfach insane. Also, ich kann jetzt mal gleich sehen, aber. Ich glaub, wir haben locker 50 Gramm Gras bei uns zu Hause und. Anti. Antibiotika hätte ich jetzt fast gesagt. Ich weiß nicht, wofür ich die Ibuprofen-Pillen brauche. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das hier 20 Gramm Amphetamin. 10 Gramm Amphetamin. Plus nochmal 10 Gramm Amphetamin. Hier sind 11 Gramm Amphetamin drin. So, die mixen wir erstmal wieder zusammen. Wurde schon gemixt, okay. Na dann. Zack. Wieder auf Rot. Und dann mixen wir jetzt nochmal unser neues Amphetamin. Zack. Zack. Und dann nochmal 8 Gramm dazu. Weil wir haben ja... Ah ne, wir haben ja jetzt 20 Gramm. Boah, jetzt wird's wieder gerechnet, Leute. Okay. Äh, 7,2 waren's. Genau. Machen wir einfach nur... Jetzt ist 1 Gramm dazu, ne? Lass hier nochmal 6 dazu. Dann müssen wir auch wieder bald Backpulver holen. Mix anwenden. Jawohl. 27 Gramm. Wir strecken's ja immer ganz gut. Also, so ist es ja nicht. Ne? Wir strecken's immer relativ frisch. Und eigentlich ganz in Ordnung. War das jetzt gerade richtig? Nein, das war falsch. So. Also eigentlich mischen wir's richtig. Wie viel haben wir jetzt hier nochmal drin? 11. Dann komm ich gerade auf 36, ne? Machen wir das mal so. 3,1. Mischen das nochmal. Und dann machen wir jetzt hier... Einfach nur Amphetamin. 20 zu 7. Wollte reichen. Hier hab ich 10 zu 7. Also, das ist schon... Derbe gestrickt, Mann. Okay, wie viel haben wir rausbekommen? 29,92. Das ist in Ordnung. Und wir haben keinen Klei... Ha, 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 ne! Warte mal kurz. Ich mach jetzt mal so. Ich mach jetzt mal... 20 Gramm Beutel. Und leg den hier hinten hin. Das heißt, für uns ist gemischt. Und den Rest... Mischen wir hier mit. Mix anwenden. Amphetamin Mix. Genau. Neuer 2019. Bugs, passt, passt. Zack, zack. Zack, zack. Und Amphetamin. Jetzt haben wir hier... 18,63 drin. Und da nochmal ein 20er Beutel liegen. Mit 20 zu 7 Mischung. Hier ist ganz in Ordnung. Ich würd sagen, wir machen nächstes Mal... Ein Viertel Mischung. Oder? Weil hier haben wir noch 20 Alp-Vitamini liegen. Ha, geil. Ich mach jetzt auch nur noch die Folge. Weil ich hab jetzt immer noch drei Folgen im Vorhof produziert. Genau, wir haben hier jetzt einmal... 10 Gramm Marihuana. 8 Gramm Marihuana. Plus nochmal 9 Gramm. 17 plus 27 plus 10. 17 plus 27 plus 10. Also 40... 47 haben wir. Hier drin. 47... 57... 53... Also 63 Gramm Marihuana. Plus nochmal... Circa... 58 Gramm Marihuana. Und Vitamin plus nochmal... 14 Gramm... Easy Taste... Ist schon nicht... Schlecht, will ich sagen. Und unser Ansehen wird immer größer. Junge, wie geil ist das denn, Junge? Junge, Junge, Junge. Du brauchst Dope. Können wir kriegen. Ist die Frage, ob ich jetzt wirklich dieses Easy brauche oder schon? Dieses Zeug, was ich gemischt habe, ne? Wir brauchen ja alle nur Easy. Ich brauche... Ich brauche... Gibt es... Warte mal. Ich kann ja bei der Tussi mit Karte zahlen, ne? Ja, kann ich. So, das heißt... Ich muss nochmal kurz... Mach mal deine Musik leiser! Ich sprühe jetzt Diggens dran. 420. So, ich muss nochmal kurz zum Marktplatz. Weil... Ich brauche ne Pillenpresse. Weil ich weiß sonst nicht, wo ich... Die herkriege. Die ist nicht da! Die ist nicht da, die kleine... Schlampe, hätte ich jetzt was gesagt. Wo kriege ich ne Pillenpresse her? Wo kriege ich ne Pillenpresse her? Wo kriege ich die Pillenpresse her? Weil wenn ich dieses Gras... Äh, Gras, oder? Weil wenn ich dieses Zeug habe, brauche ich ne Pillenpresse. Hast du ne Pillenpresse? Nee, hat sie natürlich nicht. Schlag! Wo kriege ich die Pillenpresse her? Weil die wollen auf jeden Fall diese easy Pillen haben. Aber wenn ich keine Pillenpresse habe, kann ich auch keine... Kein Doop schrecken. Das heißt, ich muss denen erstmal Reins des Dingens geben. Äh... Einmal 4 und einmal 2, also 6. Okay, hier haben wir noch einmal unser Dealer. Geld erstmal. Perfekt. Nice. 2 Gramm Speed Amphetamin, ne? 2 Gramm Amphetamin haben wir hier drin. 2 Gramm. Perfekt. Der muss da rein. Äh... Einmal 2 Gramm. Und da haben wir einmal das 4 Gramm Tütchen, passt. Perpacken. In einem 2 Gramm Tütchen. Gut. Bloß jetzt nicht erwischen lassen. Egal, egal, egal. Nein, ist sogar hier hinten wieder. Ah, ich kann gar nicht mehr so hoch springen. Moin. Na? Schon wieder auf deinem Trip. Jetzt wird es ein bisschen teurer, aber... Wieso bringt das genauso viel wie Amphetamin? Kostet auch genauso viel, oder? Oh, Rodriguez. Ich glaube, Rodriguez wird entweder dann unser neuer Dealer. Oder der wird halt bald süchtig, ne? Weil der möchte jetzt schon... Amphetamin. Sonst hat er immer nur... ...Klingens gewollt. Sonst hat er immer nur Gras. Üb. Warte mal kurz, ist das tatsächlich das neue Gebiet? Doch, das ist das neue Gebiet. Drei. Hier, bitteschön. Sobald ich... Ich werde so viel strecken, ne? Ich werde so viel strecken, sobald ich eine Pillenpresse habe. Aber erst mal die letzte Folge, die ich jetzt aufnehme für euch hier. Ähm... Zumindest für heute. Oh, Polizei. Ähm... Weil ich muss gucken, wie ich die am besten hochlade die Folgen. Und ja... Das Problem ist, ähm... Ich muss mal kurz gucken, ob die mir jetzt wieder zurückgeschrieben hat. Okay, wir können uns treffen, wenn du willst. Ja, mach mal. Ja, der war auch wieder Banju. Und Vitamin. Ist das, ne? Ach, ich kann gerne. Ähm... Ich habe hier so einen geilen Treffpunkt. Treffpunkt. Ein so geilen Treffpunkt. Nicht, tene. Moin. Ich habe gehört, du hast Geld für mich. Das war auf jeden Fall lieber lecker. Ist doch knapp. Moin. Moin ist jetzt wieder 8 Gramm. Macht 96 Dollar. Ist. Okay, Shady, komm, mal gucken. Da haben wir nochmal die... Dingens. Disco die. 2 Gramm. Scheiße, dass ich nicht mischen kann, Alter. Das ist so... Das ist so viel Geld, Verschwender. Ich muss gleich noch Disco die bestellen, ne? Oh, kurz, dass der hier, der sagt, ich noch bestellen kann. Die hat meine Worte überhört, äh, 40 Disco die bitte. So, haben wir schon mal fast die Hälfte, wollte ich gerade sagen. Wir haben über die Hälfte. Äh, Amphetamine haben wir eigentlich weniger als Gras. Das heißt, nochmal 20 davon. Ich habe mich schon mal vor, 20. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 40 Euro hinzufügen. Das passt nicht. Das passt nicht bei uns. Bearbeiten. 15. 105. Ne, das ist auch wieder zu viel nicht. 17. Ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Ich habe mich verrechnet. 19 würde ich eingeben. Sorry. Ist zu viel. 18. Alle guten Lingen sind doll. 56, ne? 500 fucking Dollar. Bitcoin first. 18 Dollar per Bitcoin. Eine Stunde 45, Alter. Alter. Dann können wir aber ungefähr... Oh, wie müssen wir denn? Ja, natürlich. Dann können wir aber gleich schon mal 450 Dollar. Ähm. Ja, ne? Können wir eigentlich 450 Dollar gleich mal in die Tesch packen. Haben wir auf jeden Fall... Oder 460 haben wir ja jetzt gerade gekostet. Oh, oh. Was? Die Polizei hat mich nicht gesehen. Ist das geil. So. 450 Dollar. Oder 460 waren es, glaube ich, ne? Genau. 4 Dollar haben wir noch übrig. Können wir nichts bestellen. Scheiße. Das heißt... Ich schlafe jetzt die Nacht durch. Hol das Paket jetzt nochmal mit euch ab. Um... 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 Nein, das ist auf der anderen Seite. Oder? So. Oh fuck. Bullen tauchen immer da auf, da wo man sie nicht braucht. Ich sehe. Bei ihr hier, ne? So, dope. Erfolgreich abgeholt. Jetzt klettern wir hier mal kurz hoch. Packen das alles nochmal hier rein. Wir haben 440 Dollar. Perfekt. Und dann würde ich sagen, war das eine, sowas von fucking gute Nacht. Äh... Aufnahmen meine ich. Wie viel möchtest du, Eddie? Ich möchte 456 Dollar. 8 Gramm Amphetamin möchte jemand noch. So, mixen. Neuer, neuer, neuer. Amphetamin mix, mix, mix. Nein. Ist immer noch das gleiche Zeug. 1 zu 1 gemischt. So, jetzt haben wir 21,54 Gramm. Das passt. Wie viel braucht der? 8 Gramm, ne? Immer so viele Gramm, Alter. Die sind ganz schön süchtig geworden, die Typen. Genau. Das machen wir jetzt noch kurz. Alter, da kommen jetzt gerade nochmal zwei Bestellungen rein, oder was? Hallo? Ja, genau. 3 Gramm. Uwe. Und der braucht auch nur 13 Gramm Gras. Perfekt. So, das heißt, wir brauchen Easy. Ach, haben wir ja gerade geholt. Perfekt. Amphetamin und 13 Gramm Marihuana. Och, guck mal, wir haben schon wieder neun Süchtlingen, würde ich jetzt sagen. 13 Gramm, also hier haben wir sieben. Ähm. Also sieben haben wir hier. Das heißt, wir brauchen nochmal sechs aus dem Glas. Zweimal drei. Ergibt sechs. So, das haben wir. Amphetamin, 8 Gramm haben wir auch. Jetzt brauche ich nochmal hier kurz ein kleines Stößchen. Was mache ich denn hier? Aufheben, aufheben, aufheben. Äh, nee, ehrlich jetzt. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ja, das Spiel ist abgestürzt, Leute. Ähm. Ja, das Spiel ist abgestürzt. Ich hoffe, der Fortschritt ist jetzt nicht verloren gegangen. Ich guck mal, was das Problem ist. Bis gleich. Ja, Leute. Dank dem Spielcrash durfte ich jetzt, oder darf ich jetzt nochmal die komplette Mission nochmal neu machen? Die wir gerade die ganze Zeit Schilden gemacht haben. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, ob wir eine Dealer haben jetzt. Nicht drauf geachtet. Ähm. Ja. Ich bin aber jetzt einfach gerade schlusschloss an eine Polizei vorbeigefahren. Und gelaufen. Und. Dann müssen wir nochmal gucken, wie es weitergeht. Ich wünsche euch irgendwann ein Traum auf den Tag. Haut rein.